Immer dieselbe Scheiße, Junge. Steig jetzt aus, Mann. Los. Sofort aussteigen und die Hände hoch, verdammte Scheiße. Sofort die Hände hoch jetzt. Mach die Hände hoch! Mach die Hände hoch! Du sollst die Hände hoch machen, hab ich gesagt. So, jetzt sofort die Handstellen dran, verdammte Scheiße. Alles Gute, Jürgen. Ganz ruhig, ganz ruhig jetzt. Relax and take notes, while I take totes of the marijuana smoke. So you're in a choke, gun smoke, gun smoke. Junge, ihr labert so viel Scheiße, ne? Ich bin immer aufgeregt. Alter, könnt ihr mal die Fresse halten, bitte. Zwei Minuten. Ich versuch's ja, aber wenn ich aufgereg, dann bin ich mir jetzt sicher. Ja, ist mir scheißegal, jetzt halt mal die Fresse, bitte. Zwei Minuten. Zwei Minuten, na? Sag's Bescheid, wenn ich wieder reden kann? Ja. Okay, danke. Ich kann mich nicht mehr hören, da wir ja mindestens 6 oder 8 Leute weniger sind. Nein, das sind die, das sind Rote und so. Achso. Ja, wir sehen unsere Leute, die können potzen, Digga. Einer ist noch ein. Wir haben auch gefickt, Digga. Wer seid ihr, Alter? Wer seid ihr? Die verschicken sich hier im Gewicht, passt auf. Hier unten. Wo, 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 wo. Ah, Scheiße. Digga. Egal, wir haben die gut gefickt, Digga. Hilfe, ich werde für gewaltig, ich Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Ja, das sind die 1000 Schuss in der Advents. Oh mein Gott, John. Wie kannst du denn so viel tragen? äh, der Herr von... von der Regierung. Ich weiß, dass mein Jacket kaputt ist, aber wenn ich das ausziehe, ist es komplett kaputt. Weil meine Muskeln so groß sind und... Ja, ich muss das aus dem Schneider des Vertrauens und das anpassen lassen. Aber in dem Bereich, wo sie die Muskeln haben, das ist eigentlich der Bereich fürs andere. So, ich muss weiter. Tschüss. Die gefallen mir, die gefallen mir. Ah, dann muss ich schon wieder selber lachen über meine Scheiße, ne. Das war doch alles anders. Das ist doch so! Oh, der rückt sich. Entschuldigung. Hab nur laut gedacht, Max. Hab nur laut gedacht. Ach, fick die Hähne. Ach, ne, ach, kommen! Da überlebe ich Frau Dark und dann kommt wieder so ein Geisterfahrer! Echt jetzt? Ach! Das ist doch nicht wahr! Alter! Das wir ein Sandwich hinbekommen, die rennen jetzt soweit. Aussteigen, 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 aussteigen! Oh, scheiße! Hinterher, komm, komm! Ja, ja, hinterher! Zusammen hinterher! Die rennen alle weg! Komm, hinterher jetzt! Oh! Reiz, breiz, breiz! Geht da nicht alle hintereinander! Mit dem Witz anfangen, ja! Ja, wir können ja hier keine Beamten bestechen, natürlich ja nicht. Dürfen wir ja nicht, ja. Ach so, ja, gut, dann. Ja, sie können sich immer nachher, ne? Alles klar. Ciao! Ciao! Schönen Abend! Das ist auch eine coole Karriere. Alter! Ohhhh! Alter, er klippt das. Alter, ich habe eine doppelte Vorwärtsrolle gemacht und stand dann wieder wie eine Eins. Nee, ne? Klippt! Und Breitenberg schlägt einen Homerun! Los! Ein Breitenberg würde den Ball nicht treffen, glaube ich. Einen Schlag hat er abbekommen! Leute, beeilt euch! Ich schaff das! Noch einen Schlag! Der Nächste, der muss sitzen! Bruderschaft, komm! Letzter Schlag, letzter Schlag, letzter Schlag, Jungs! Nein! Oli! Mitmeid hat einen Punkt! Hey! Scheiße! Nein! Ich habe auch nicht für die Block. Ja, komm, 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 komm! Rechtsrum, rechtsrum, gib ich jetzt! Die gehen auch da! Ja, komm, rechtsrum, jetzt! Auf geht's! Schön! Schießen! 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 Die sind so weit im Rücken! Komm jetzt rein da! Weitere, 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 weitere! Komm, einfach rein halten! Guck mal, wir sind da vorne in Basel! Weitere, weitere, weitere! Guck mal, ihr habt ihr alle einen Kessel! Weitere, 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 weitere! Weitere, weitere Richtung Norden! Hast du den Schweizer? Ja, wollen wir jetzt... Habt ihr den Schweizer gescheppert? Das ist keiner! Nein, nein! Komm ins Auto! 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 Ich fahr auf dem Berg! Ja, die fahrern jetzt schon jetzt schon zuerst auf dem Berg, Digger! Komm, wir fahren hoch und rufen auf! Komm zum Haus! Komm zum Haus! Komm zum Haus! Die Pitten ist komplett raus, Digger! Versucht hoch hoch auf dem Berg! Versucht hoch auf dem Berg! Geh doch auf die Poste wo wir waren... Und steck da aus! Geh dort hier oben auf das Plateau! Steck da aus und halte dann da rein! Ganz ehrlich, keine Ahnung! Hier oben sind welche ausgestiegen! Da wo wir immer aufsteigen! Kommt oben auf dem Plateau! Kommt hoch aufs Plateau! Kommt hoch aufs Plateau! Oh, die Emotionen haben wir da. Der kommt mit allen Fahrzeugen auf! An's PD einmal 5, 6, 5, 2 und beim FAB glaub da irgendein CLA-AMG in der Seitengasse. Ah, da kommt jemand! Ja, Sie dürfen warten, Sie! Nee. Sehr gut. Nein, zu Trainingszwecken. Oder Hilton? Trainingszwecke machen ja Spaß, das meinte ich. Trainingseinheiten, die Spaß machen. Ich hab's verstanden, Hilton, passt schon. Und der Herr mit dem Pferdeschwanz? Äh, ich war doch schon dran. Wenn die, äh, wenn die mehr als 20 Meter weit weg ist. Ja, so weit auch gelegt, wir kommen jetzt einmal hoch zu euch und dann geht es weiter. Was haben Sie gesagt? Nochmal, bitte, Sir. Wenn der TV mehr als 20 Meter weit weg ist, ist er auch gar nicht zu. Was, Mann? Ja? Ich küsse deine Schuhe. Das ist meine letzte Schandtate, ich mach'n, Ritter. Ey, Junge, was ist denn so? Mann, ich schwöre, ich will auch wieder, manchmal war ich, denk' ich, positiv, hier liegt immer noch ein Beamter, wo der Tyrone Young lag. Ich sag's nochmal, jetzt ist der Schandtate, Digga. Ja, ja, der hat doch gerade, wie heißt denn der Typ jetzt? Ja, aber... Ich künd' ich auch, Digga. Wenn das Janina wär... Einmal so, weißt du? Mit diesem Ding. Oder wenn Janina das wär... Oh, das wär besser, Digga. Das wär besser. So, das ist Janina, hier vorne ist ihr Gesicht. Einmal umdrehen und dann... Matraso steht vor unserer Tür. Matraso steht vor unserer Tür, Leute. Matraso. Ja, was? Zum Spinnen? Einmal zum Spinnen? Warum sind sie denn nervös? Also... Ich will keine Rohrfeige bekommen. Nein, bekommen sie nicht. Das sind doch keine Unmenschen. Keine Rohrfeige. Hallo? Äh, was muss denn alles rein? Handy, alles, ne? Handyfunk, Laptop, Seile, alles. Mach' halt auf den Hintern. Ey, 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 ey. Ich leg' immer die Hand. Mary. Mary. Ja, hallo? Ja. Boah. So lange dauert das, um eine Verbindung herzustellen? Da ist Lya. Was? Jetzt siehst du sie grad. Äh, 12 Uhr kam jetzt Lya. Wow! Na, ha? Ja. Ja. Ich will mich gut benutzen. Können Sie mal jemanden den Benzen von mir herunternehmen? Hallo? Mann! malaise Wir hätten sie in ihrem Dienst bitte keinen fordern machen. Äh, die Dame? ich glaube sie sind verhaftet wegen sexy ist nur spaß ich kenne die doch ich kenne die doch man die so dass klinge die so dass klinge Ich trage Ball in Zaga, nur damit du's weißt Sonst gebe ich ein Fick auf diesen Hype Baby, nein, ohne dich kann es nicht sein Da wir beide zu zweit, wie Bonny und Kleid Regen, dass ich gegen bist in die Uneinigkeit Uneinigkeit, ja, ich steig in meinen Wagen